So, ich entschuldige das kurz und weiter geht's mit dem LP. Ähm, Eltern können echt stören. Also, was soll denn das? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? So, jetzt bitte. Heute ist echt nicht mein Tag, Alter. Irgendwie will mich das Spiel verarschen. Sag mal. Äh, das ist doch fake. Das ist fake. So, wir glitschen uns jetzt durch die... Ich wollte mich eigentlich da durchglitschen, aber irgendwie will er das nicht machen. Das ist zum Kurzen. Das ist annoying shit, bastard. So, wir glitschen uns jetzt da durch, hab ich gesagt. Sag mal. Äh, das ist doch... Boah, nee. Jetzt, geh bitte da hoch. Danke. Thank you. Ach, Gott. Das ist das erste Level und ich bin so am verkacken, ey. Endlich, der Ausgang. Die Freiheit. So, extra Leben abgestorbt und endlich das letzte Puzzleteil. Was ist das? Da ist es. Ja, oui. 100%. Na, okay. Noch nicht ganz. Wir müssen uns eine Sache noch abholen. 100%! Das erste Level ist 100% abgeschlossen nach dreiviertel Stunde Aufnahme. Boah. Also, letztens, wo ich dieses Level gespielt habe, hab ich nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Oh, mein Gott. So. Wir holen uns jetzt erstmal... Ach, scheiße. Ich hab was vergessen. Ja. Er erzählt uns, dass die Hexe uns dran gehindert hat, alle Noten zu holen. Obwohl wir 100 haben. Schlechte Skriptabfrage vom Spiel. Okay. Naja, aber ich hab was vergessen. Wir haben noch nicht 100%. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal rückzuverwandeln. Äh, einen Scheiter betrigen und mich dann nochmal verwandeln. Ach, dann ist dann... Danach ist dann aber wirklich Schluss für heute, Alter. Ich hab keine Lust mehr da drauf. Echt, ey. Das ist... Komm. Einmal zurückverwandeln, bitte. Komm. Mach eine. Danke. Weil ich hol mir jetzt noch ne... Puzzleteil oder ne leere Honigwabe. Weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube... Aber ich glaube, das ist ne leere Honigfarbe. Bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, dazu muss ich jetzt erstmal einen Scheiter betätigen. Geh weg. Also, dass die ganzen Noten jetzt hier in den Sinn sind, sind Jinjas wieder. Das macht keinen Sinn. Das ist überflüssig, die jetzt nochmal allein zu sammeln. Das bringt nichts. Muss ich jetzt Chimpy nochmal die ganze Scheiße geben? Arschloch. Das ist fake. Ja, komm, mach den Weg frei. Laber nicht so viel, mach den Weg frei. Danke. Boah, heute ist echt zu viel. Und, ähm, nochmal wegen eben, das, wo ich gerade neingerufen hab, äh, dass mein Bruder reingekommen und hat irgendwas gefragt. Und da hab ich ihm halt nur schnell gesagt, ähm, dass er kurz rausgehen soll. So, wir betätigen jetzt den Schalter. Oh ne, doch ein Puzzletail. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es Honig war, aber ein Puzzletail ist. So, das holen wir uns noch und dann haben wir dieses Level endlich hinter uns. Meine Fresse und die anderen werden noch schlimmer. Boah, dann hoffe ich mal nicht, dass ich da auch so abkacke, ey. Denn das wär wirklich nicht hilfreich. So, also ich glaub, das einzigste, was ich heute noch mache, ist zuschneiden und das hochladen. Da hab ich heute echt keinen Nerv mehr zu. So, jetzt einmal noch zu verrückt verwandeln. Dieses scheiß Puzzletail holen und weg hier. Weil es ist heute einfach. Boah, ne, ey. Thank you. Komm, tu mich verwandeln, ey. Pisser. Also, wenn wir einmal die Kosten, also die Schädel bei ihm abgegeben haben, dann tut er uns immer kostenlos verwandeln. Das ist vorteilhaft, weil, äh, sonst wären wir echt im Arsch. Aber ich mein, der Casual-Player, der würde ja nicht alles an einem Stück machen, so wie wir Hardcore-Let's-Player. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, wo die... Let's-Play-Serious-Habend-HD-Teile bleiben. Äh, das liegt daran, dass mein Freund gerade außerhalb, also in Frankfurt ist und ich daher ihn nicht als Gast einladen kann. Und ich keine Lust hab, vorher nochmal aufzunehmen. Also, das heißt, es würden jetzt erstmal nur ein paar... Also, es werden jetzt erstmal nur ein paar Banjo-Kazooie-Teile folgen, Aufnahmen. Bis dann, übers Wochenende, bis dann mein Freund wieder da ist. So, so viel dazu. So, jetzt können wir diesen Bereich, können wir... Da kann Gitter vor, da kann Geröll runterfallen. Also, der Bereich ist jetzt wirklich weg. Wir haben's geschafft. 100% das erste Level. So. Mit wirklich allem Möglichen. So, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Das nächste Mal werden wir da hochgehen, eine Notentür öffnen, wofür wir eigentlich nur 50 Noten bräuchten, und ins zweite Level gehen. Aber das alles erst morgen. Ähm, ja, gut. Würde ich mal sagen, das war's für heute, auf jeden Fall. Und, äh, bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich find den Ausknopf nicht. Wo ist der? Ach da. So, see ya, Leute. Och Gott. Nee, ey. Und, äh, bis zum nächsten Mal.